ich bin wieder amnesia ich spiel wieder amnesia wir sind zurück und ich habe angst schreckliche angst ich muss da runter da kommt bestimmt monster von da und von da kommt ein monster herbeigeflogen hier oder hier bestimmt kommt da irgendwas und es ist dunkel ich hasse wenn es dunkel ist ich hasse es wenn es dunkel ist ist etwas leiser bitte ich konzentriere mich hier und ich habe kein licht es ist stockdunkel es ist stockdunkel es ist scheiße scheiben gleich da ich sehe nichts ich muss immer sammeln ja da ist die treppe da geht es auch irgendwo hin oder ich schau mal kurz da rein was haben wir denn hier schön ist oh mein gott die tür ist verschlossen es war doch so klar dass sie verschlossen ist you are killing me alles ist verschlossen weinkeller ich habe keine laterne sonne mond und labor ja die tür schluck hinter mir zu und der wusste er würde den alten schneider an berkeley platz in london nie wiedersehen noch eine einsame szene mehr in london erschienen irgendwie passen ja was ich hasse es es ist viel zu dunkel es ist ich muss weg ja da komme ich noch später dahin im moment brauche ich nicht irgendwie brauche ich nicht ich weiß nicht wo ich muss irgendwie öl herbekommen eine taschenlampe wäre auch nicht schlecht eine taschenlampe wäre auch nicht schlecht also gott habe ich mich erschrocken ich spiele mit kopfhörern ich hasse das spiel oh gott ich habe angst was okay es geht runter ich weiß nicht ob da irgendwas ist ich habe gedacht da ist irgendwas oh mein gott weiß okay sie ist widerstandsrecht und biegsam sie kann weder per hand noch per werkzeug geöffnet werden ah schade wir brauchen irgendwas wir brauchen irgendwas um es zu öffnen leute ich mache die tür ganz brav zu ne und so ist sie ich sollte tür stehe werden ok oh gott oh gott gut da war ich glaube ich auch noch nicht ne aber ich brauche licht ich brauche irgendwas ich bin nicht so gut in dem was ja ja das wichtigste in den spielen erstmal die bücher schmeißen ja buch nehmen buch schmeißen buch nehmen buch schmeißen und das hier nehmen eine zünder buchse stuhl nehmen stuhl schmeißen bach ich achte dich stuhl und dich auch bach und dich lass ich da mal liegen tschüss da ist auch noch was das nehme ich mal dankeschön öl das brauchen wir ganz ganz wichtig das öl oh schon wieder dieses bild oh mein gott was was muss ich machen brennstoffe laterne also da ist quasi die anzeige die ist noch nicht voll ist noch nicht voll ich will noch nicht meine laterne benutzen laterne laterne sonne mond und sterne laterne laterne sonne mond und sterne diese stimme ne ernsthaft ich hasse es ich hasse diese stimmen ich hasse diese stimmen ich hasse diese stimmen wenn ich hasse diese stimmen ok ich weiß nicht was ich machen muss wo muss ich denn jetzt hin ich muss irgendwo hin ganz geschwind la 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 ok immer noch nicht gell du willst nicht dass dich dass ich dich öffne du willst mich veranschen wo geht es hier lang meine lieben damen und herren geht es vielleicht die treppe hoch die ich vorher nicht gegangen bin könnte natürlich sein ich höre schreien und ich sehe das hier es lässt sich nicht bewegen das sehe ich selber und ich laufe ich laufe sonne mond und sterne was das denn da komme ich nicht durch ja schade ah nicht da ist so eine boxe eine zunde boxe eine zunde boxe ok was wo geht es denn überall hin willst du dich verarschen tausend gänge und tausend frau archiv was erwartet uns da archiv oh man oh man oh man oh gott ich hasse sowas ich schwöre ich ich hasse sowas ich schwöre ich spiel mit ich spiel mit kack Kopfhörern es ist zu viel für mich da kann ich nicht rein gehen schade ich schade 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 Leading to a sandcovered stone structure the professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark cold night tomorrow I shall lead the men into the ancient structure hoping to reach the burial chamber no matter what the professor is keeping from me the dig should yield something interesting to take back london and the british museum und ich habe eine notiz entdeckt auf dem tisch auf dem liebevollen nicht übersehbaren tisch was das ihr wisst bescheid bücher werfen wacker ich bin der buchwerfer da ist gar nichts schade da ist nicht da ist nix alle guten dinge sind die mitte auch nicht das ist so schade sehr gut tschüss ok da war nur eine notiz ich brauche die laterne ist es geht nicht anders sonne mond und sterne es geht es geht einfach nicht anders es tut mir leid ich sehe nichts ich muss irgendwas okay wir nähern uns wow es ist wirklich beeindruckend dieses schöne schloss dieses schöne schloss ich will lieber rausgehen aber ich kann nicht ich kann nicht rausgehen ich kann einfach nicht rausgehen alles zu lalalala 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 schöne bilder schöne schöne bilder kann man sich nicht beschweren was ich verarschen als ob äh oh gott warum was soll denn was soll denn was soll diese stimmen was soll das ich hasse spiel jetzt schon zu ah ok öl sehr gut öl ja 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 als ob ich klavier spielen kann als ob das jetzt geht Nee, oder? Ernsthaft. Ich wollte eine schöne Musik machen, aber das ging nicht. Das ist schade. Das ist sehr schade. Als ob! Ich habe nichts mehr übrig. Willst du mich verkacken? Ciao! Yeah! Hulalalalalala! Alter, wieso sind hier so viele Rollen? Ich habe noch nicht mal gewonnen. Oh Gott! Alter! Ey, ich sterbe. Ich sterbe einfach. Oh Gott, ich muss Pause machen. Oh Gott, das ist nichts für mich. Oh Gott, der Gott, der Gott. 17th May, 1839. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt as I was trapped. Okay, es war zu viel Text, sorry. Ich muss etwas weiterspielen. Zum Lesen ist keine Zeit, ich muss sie überleben. Das ist die Aufgabe in Amnesia. Ja, ja, ja. Was haben wir denn da? Scheiß Bücher. Ich hasse Bücher. Ich hasse Bücher. Batsch! You son of a piece of shit. Laternen im Spiel hasse ich so sehr. Ich habe heute Halsschmerzen, ne? Ja! Eine Zunderbuchse! Keine Zunderbuchse! Ein Buch! Das ich wieder schmeißen kann! Tschüss! Scheiß Buch! Oh mein Gott! Alter, wie springt denn der? Ja! Äh... Das ist nicht gut. Oh... Oh... Ich seh nix mehr. Mittelpreußen. Preußen. Schön. Preußen, ja. Okay, anzuhören. Oh mein Gott. Alter. Es ist viel zu dunkel hier. Was? Warum hast du gespeichert? Leute, wir brauchen Werkzeug. Ach so, da ist auch noch was. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Geil. Die Westhalle. Was ist das? Scheißfeder! Du schon wieder! Ostflügel. Ja, sicher. Da ist nix, oder? Ja! Zunderbuchsen! Zunderbuchsen. Na Gott sei Dank, Zunderbuchsen. Und da ist gar nix. Ernsthaft? Bitte was? Hallo? Können Sie bitte aufhören? Zu spielen? Als ob du willst mich verarschen. Nee, oder? Zunderbuchse. Zunderbuchse. Und zu guter Letzt. Aufgenommenes Öl. Sehr schön. Und da ich so brav alles erhalten habe, schließe ich die Truhe ganz vorsichtig und brav zu. Ja. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Es tut mir leid, ich bin nicht so gut. Aber ich werde nicht ruhen. Da ist überall zu. Scheiße. Ich muss hier Licht machen. Es tut mir so leid. Was? Es war zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Okay. Schade. Schade. Wo muss ich lang? Okay. Da geht's schon mal nicht lang. Hey, wo ging's? Da ist überall zu. Was mache ich jetzt? Scheiße. Das ist doch alles Hühnerkacker hier. Okay, ich muss... Oh Gott. Es ist zu knifflig. Es tut mir leid. Was? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Ich weiß es nicht. Da schon mal nicht. Oh mein Gott. Wo geht's hin? Da ist zu. Ich komme doch nicht weg. Ach so. Vielleicht muss ich mir irgendwas schmeißen. Als ob du willst mich verarschen, oder? Das hat jetzt geklappt. Was? Na gut. Ich bin wieder da. Ich muss noch ein bisschen weg. Hm. danke das schreibe ich mir mein tagebuch auf das war sehr sehr wichtig und weißt du spaß macht schmeiße ich ein paar bücher meint ich lese nicht gerne nummer zwei nummer drei scheiß buch tschüss kannst du mich mal am arsch und ich nehme mich gerne liebe laterne überall bücher ich glaube ich fand das kotzen an überall bücher that's not got for me i hate it too much books too much books es ist nicht schön es ist ganz und gar nicht schön ok ich schau mal was es da noch gibt da oh ja 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 ich habe keine mehr nein 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 was da ist die tür geht gibt es noch etwas neger amnesia is creepy as hell ich es ist abgeschlossen du wirst dich verarschen oder was wie komme ich dadurch ist doch alles scheiße hier nur kisten auch noch kisten zum schmeißen als ob bücher nicht gereicht haben das ist doch oh mein gott ach so ich habe keine zeit zum lesen da ist es lieber mal ist da der schlüssel irgendwo hallo schlüssel ist dein mund schlüssel es ist abgeschlossen ich will einen schlüssel einen einen schlüssel wo ist der schlüssel muss ich muss ich zurück geschlossen wo ist der schlüssel wo ist der liebevolle schlüssel irgendwo muss der schlüssel sein was wo muss der schlüssel sein irgendwo versteckt er sich ganz sicherlich er versteckt sich hinter den büchern als ob ich sehe gar nichts es ist viel zu dunkel ich kriege panikattacken meine lieben damen und herren nee oder wo ist der schlüssel hallo komme ich da jetzt durch was ist das denn ja hallo hallo ach so hier schaut ach so jetzt wo ist der was wo ist Ich muss noch ein Buch sein. Ah, ne, da ist wieder zu. Da ist wieder zu, okay. Ich muss schnell sein. Ich hab's. Ich hab's. Was? Ach so, hier... Eine Feder, die ich gegen die Wand schmeiße. Und einen Schlüssel, den ich nehme. Ich brauche Notizen. Ich brauche Notizen. Eine Notiz, eine Notiz für mich, okay? Eine Notiz für mich, la 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 la. Okay, ich glaube, das war's. Wir haben den Schlüssel. Und da sind Schränke. Okay. Sind die Schränke dazu da, um sich zu verstecken, quasi? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Was ist da drin, das man kaum sieht, weil es dunkel ist? Und da sind die Schränke dazu da, um sich zu strecken? Vielen Dank.